Wie kann man den Kornanbau für Bergbauern wieder attraktiv machen? Was kann man gegen die Ausbreitung der marmorierten Baumwanze tun, die Äpfel besonders bekömmlich findet und dadurch Südtirols Obstwirtschaft gefährdet? Wie gefährlich ist die Süßwasserqualle im großen Mont-Dickler-See, die 2015 dort erstmals gesichtet wurde? Campus – Magazin für Forschung und Entwicklung Donnerstag, 20.20 Uhr, Rai, Südtirol